Gegen 10 Uhr verabschiedete sich Major Walpert und ließ zwei G.I.s als Wachen vor dem Haus zurück. Obwohl der Wind gegen Mitternacht noch weiter an Stärke gewann, wollten die beiden nicht hereinkommen, lehnten sogar den heißen Kamillentee ab. Gerhild Leudold zuckte mit den Schultern und packte die nächste Kiste. Sie stapelte die Bücher, die Ursula ihr zurechtgelegt hatte, oben auf ihre Forschungsunterlagen. Ursula war mittlerweile längst im Bett, konnte allerdings nicht schlafen, weil der Wind immer wieder unter die Dachpfannen fuhr und weil die Schreibstubendielen unter den Füßen ihrer Mutter knarrten. Als diese ins Schlafzimmer kam, war es zwei Uhr. Der Sturm beugte die Ziertannen bis auf die Fensterbrette herab, als gelte es, die improvisierte Tabakzucht mit Nadelzweigen winterfest zu machen. Ursulas Mutter schloss die Fensterläden, ging schließlich ins Bett. Dank ihrer Tabletten schlief sie sofort ein, bemerkte weder die Polka der Dachpfannen noch, dass sich ihre Tochter schlaflos im Bett wälzte. Der Sturm nahm indessen Heftigkeit weiter zu und rüttelte bald am ganzen Haus. Das Gebälk knarrte und einmal ging ein so gewaltiger Ruck durchs Haus, dass Holzmehl von der Decke rieselte. Mehrmals glaubte Ursula, den Bodenwanken zu spüren, die Kisten und Stühle nebenan bald zur einen, bald zur anderen Wand rutschen zu hören. Dann riss eine Böe die Fensterläden auf und ließ sie wie hölzerne Schmetterlingsflügel schlagen. Zum Fenster geeilt schien es Ursula, als käme der Regen wie Ozeanwogen aus dem nachtschwarzen Alpental heraufgepeitscht, als leuchteten die Blitze nicht von den gegenüberliegenden Felswänden, sondern von tausenden Hochhausfenstern wieder. Sie fürchtete, Joachim habe sie mit seinen Fantasien, mit seinen Wehrwölfen, hustenden Ziegen und schleierhaften Wiedergängern angesteckt, hatte sie doch tatsächlich das Gefühl, das Haus treibe wie ein Gasballon durch die Luft. Endlich bekam Ursula die auf und zu knallenden Fensterläden zu fassen und schaffte es gerade noch, diese zu verriegeln, bevor das Haus abermals ruppig durchgeschüttelt und sie gegen den Bettpfosten geschleudert wurde. Benommen sank Ursula in einen wirren Traum. Als ihre Mutter am nächsten Morgen die Fensterläden öffnete, wurde Ursula vom hereinflutenden Sonnenlicht geweckt. Die weißen Dünen der Gipswüste gleisten unbarmherzig und das Radio meldete bereits stattliche 68 Grad Fahrenheit für El Paso. Ursula rieb die Beule an ihrer Schläfe, blinzelte, nieste. Nachdem sie einen Eistee getrunken hatte, öffnete sie die Kiste in der Schreibstube und holte das oberste Buch heraus. Dann ging sie vor das Haus, wischte den weißen Sand von der Gartenbank und las an dem Absatz weiter, an dem sie am Vorabend aufgehört hatte. Untertitelung des ZDF, 2020